Dieses Video richtet sich an alle ehrgeizigen Kommunikationstalente da draußen. Warum nutzen Sie nicht Ihr überzeugendes Potenzial und machen eine handfeste berufliche Chance daraus? Sogar auf Wunsch zertifiziert durch die Hochschule Fresenius und mit Unterstützung des digitalen Coaches von unserem Kooperationspartner Everskill. Ist es nicht an der Zeit, Ihre Karriere auf die nächste Stufe zu bringen? Ich habe ein ganz besonderes Angebot für Sie, das Sie auf jeden Fall ausprobieren sollten. Und das sogar kostenlos. Startups und andere Top-Unternehmen wollen auf diese Stelle nicht mehr verzichten. Die sogenannten Feel-Good-Manager erobern nicht nur die Herzen der Chefetagen im Sturm. Sie als Feel-Good-Manager oder Feel-Good-Managerin werden Experte oder Expertin für die Mitarbeiterbindung. Sie geben Ihrem Unternehmen ein freundliches Gesicht und begeistern und fördern Ihre Kollegen. Feel-Good-Manager machen aus ganz normalen Unternehmen richtige Talentmagnete. Sehr wichtig, um Fachkräfte über viele Jahre hinweg immer wieder neu zu begeistern und herauszufordern. Zufriedene Mitarbeiter bedeuten Produktivität, Spaß und Motivation. Und Sie werden zu der Schlüsselposition der Mitarbeiterzufriedenheit. Lassen Sie sich nicht von eventuellen Vorurteilen beeinflussen. Ein Feel-Good-Manager ist kein Pausenclown, der die Büros bespaßt. Wenn Sie Feel-Good-Manager werden, nutzen Sie eine handfeste Karrierechance mit Zukunft. Und wenn Sie diese Chance ergreifen möchten, sollten Sie jetzt damit anfangen. Wir bilden Sie in sechs Monaten zum zertifizierten Feel-Good-Manager aus. Das können Sie sich sogar von der renommierten Hochschule Fresenius zertifizieren lassen. Unseren Nummer-eins-Fernkurs können Sie für 30 Tage völlig kostenlos testen. Was haben Sie also zu verlieren? Sie gehören außerdem zu den glücklichen ersten Teilnehmern, die vom Doppelpakt profitieren. Denn Sie bekommen den Fernkurs zum Feel-Good-Manager und einen exklusiven Zugang zum digitalen Coach von Everskill für Ihr mobiles Endgerät. Nutzen Sie jetzt diese einmalige Chance und machen Sie Ihr Kommunikationspotenzial zum genialen Alleinstellungsmerkmal für Ihre Karriere. Ohne Anzahlung, ohne versteckte Gebühren, 30 Tage völlig kostenlos für Ihre Karriere. Eine unserer Absolventinnen war früher Assistenz der Geschäftsleitung und agiert heute eigenständig als Feel-Good-Managerin. Sie schrieb uns nach ihrem Fernkurs und als stolze Hochschulzertifikatsabsolventin. Richtig was anfangen konnte ich mit dem Begriff zunächst nicht. Ich dachte, es wäre einfach nur das bekannte betriebliche Gesundheitsmanagement. Heute weiß ich, es gehört viel mehr dazu. Vor allem Teambuilding und Konfliktmanagement. Ich denke, für meinen Chef bin ich jetzt noch unentbehrlicher als zuvor. Mit unserem Fernkurssystem lernen Sie, wo und wann Sie wollen. Wir richten uns völlig nach Ihrem individuellen Lerntempo. Werden Sie jetzt aktiv. Sorgen Sie für Ihr Alleinstellungsmerkmal und machen Sie sich für Ihr Unternehmen unverzichtbar. Ein weiterer Vorteil für Sie, falls Ihr Unternehmen die Teilnahmegebühr für diesen Kurs nicht übernimmt. Der Kurs ist selbstverständlich für Sie von der Steuer über die Weiterbildungskosten absetzbar. Mitarbeiterzufriedenheit ist die neue Kennzahl der besten Unternehmen der Welt. Und Sie sind ab sofort der Schlüssel des Feel-Good-Managements in Ihrem Unternehmen. Warten Sie am besten nicht länger und starten Sie noch heute Ihren Fernkurs zur zertifizierten Feel-Good-Managerin beziehungsweise zum zertifizierten Feel-Good-Manager. Handeln Sie umgehend. Wenn Sie jetzt hier unter dem Video klicken, halten Sie in nur sechs Monaten Ihre Teilnahmebestätigung von Office-Seminare in der Hand. Werden Sie jetzt zum unverzichtbaren Zufriedenheitsgaranten in Ihrem Unternehmen. Sagen Sie Ja zu Ihrem nächsten Karriereschritt und informieren Sie sich, indem Sie jetzt unter dem Video klicken. Unser Fernkurs ist völlig risikolos für Sie. Sie haben 30 Tage lang Zeit, das Berufsbild Feel-Good-Manager gratis zu testen. Natürlich dürfen Sie den Ordner aus dem Starterpaket und die darin enthaltene erste Lektion behalten. Klicken Sie jetzt unter dem Video und probieren Sie es aus. Es wird sich für Ihre Karriere lohnen, versprochen. Die Kursleiterin, Frau Tanja Schott und ich, wir freuen uns auf Sie und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Ich freue mich nicht. Vielen Dank.